PIKFIRE! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und den nächsten Samstag, beziehungsweise Sonntag, werden wir ein Smash-Turnier veranstalten. Jeweils um 20 Uhr geht es los und wir werden am Samstag ein paar Kämpfe machen und am Sonntag dann die finalen Kämpfe, auf jeden Fall alle. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Das wäre cool. Die Mitspieler, die stehen schon fest, aber ihr könnt auch gerne zuschauen. Das hier sind auf jeden Fall die Turnierteilnehmer. Einmal ich, DonF204, TheLuigiPlayer, Michaels, MotionTV, Typewolf, Nemesis76, Marius und Smashfire. Mit TheLuigiPlayer hat alles angefangen, die ganze Idee, weil ich seinen Luigi quasi herausgefordert habe. Und mal schauen, wie gut er ist. Ich hoffe, ihr trainiert alle 8. Also mich eingeschlossen. Also ihr 7, sagen wir es mal so. Das trifft es vielleicht eher. Ihr 7 trainiert hoffentlich ein bisschen. Und so, kommen wir zu den Regeln. Genau. Wir kommen zu den Regeln. Aber ach, stopp, vorher noch. Bitte edit mich auf der Switch als Freund. Liebe Teilnehmer, in der Videobeschreibung wird dazu der Freundescode oder die Freundes-ID, ich weiß es nicht, wird dort stehen. Edit mich auf der Switch als Freund. Und auch alle, die nicht am Turnier teilnehmen, können das gerne machen. Gut. Kommen wir zu den Regeln. Die Regeln sind eigentlich ganz simpel. Kämpfer sind komplett alle erlaubt. Also wirklich alle. Alle Kämpfer sind erlaubt. Es gibt nur eine Ausnahme. Falls der nächste DLC-Kämpfer noch jetzt diese Woche rauskommt, dann wird das nicht, wird er nicht teilnehmen dürfen. Also wenn der jetzt noch rauskommt bis Samstag, den 13. Ich wollte nicht auf Rob drücken. Wenn er noch rauskommt bis Samstag, den 13. Juni, dann ist er nicht im Turnier. Aber alle anderen Charakter sind offiziell erlaubt. Also alle 75 Charakter plus Echo-Charakters wie Daisy oder Lucina sind erlaubt. Ähm, gut. Kommen wir zu den Regeln. Soweit. Also weiter mit den Regeln. Stages, wollte ich sagen. Kommen wir zu den Stages. Stages sind nur diese 8 Stück erlaubt. Keine anderen. Also nur Schlachtfeld, Letzte Station, Yoshi's Story, Leidepatrol, Pokémon Stadium 2, Smashstadt, Carlos Pokémon Liga, Stadt und Großstadt. Ähm, wir machen das Ganze so, dass die Spieler jeweils einfach jeder eine von diesen 8 Stages aussucht. Und dann entscheidet das Spiel, beziehungsweise der Zufallsgenerator dann im Spiel, welche von beiden Stages gewählt wird. Ähm, darauf habe ich dann keinen Einfluss. Ich denke mal, das ist das Fährste. Oder ihr, das könnt ihr dann selbst entscheiden, wenn ihr das möchtet, könnt euch auch im Chat absprechen, also einfach im YouTube Live-Chat, könnt euch absprechen, ähm, welche Stage ihr nehmen wollt. Welche ihr spielen wollt, das ist dann auch kein Problem. Also ihr könntet auch euch auf das geringste, ähm, Übel, ähm, absprechen, wenn ihr zum Beispiel einer sagt, der möchte überhaupt nicht Yoshi's Story spielen und der Gegner, ähm, akzeptiert das und denkt sich so, ja gut, kein Problem, vielleicht einigen wir uns auf eine andere Stage, beispielsweise, keine Ahnung, Carlos Pokémon Liga, beispielsweise. Und dann spielt ihr zum Beispiel Carlos Pokémon Liga, ihr wählt dann einfach beide diese Stage und dann kommt sie ja zu 100%. Als Beispiel. Oder jemand sagt, Final Destination geht nicht, weil ich brauche unbedingt wenigstens ein paar Plattformen drauf, etc. pp. Soll ja alles nicht das Problem sein. Weil ihr euch da nicht einig werdet, äh, im Chat. Wie gesagt, macht's so, wie ich am Anfang gesagt habe, wählt einfach jeder eine Stage und dann entscheidet halt der Zufallsgenerator auch kein Problem. Ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, nur diese 8 Stages, keine anderen, auch keine Battlefield-Formen oder Omega-Formen von anderen Stages. Alles, was nicht diese 8 Stages sind, diese 8 Stages, keine anderen, alles, was nicht diese 8 sind, ist nicht Teil des Turniers und dementsprechend auch definitiv kann das nicht gewertet werden. Also es sind keine Kämpfe, die da am Ende gewertet werden. Sage ich es gleich im Voraus. Könnt ihr auch abbrechen, die Kämpfe. Also, die werden nicht gewertet. Gut. Ähm, das hier sind übrigens meine Charakter. Falls ihr trainieren wollt, könnt ihr nämlich auf diesen 8 Stages trainieren und ich nehme diese 3 Charakter, gegen die könnt ihr trainieren, wenn ihr wollt. Mein Main ist Ness. Ähm, und ich denke mal, dass ich ihn eigentlich das ganze Turnier durchweg benutzen werde. Ich glaube nicht, dass ich wechseln werde. Aber falls ich mit Ness tatsächlich mal gar nicht klarkomme, werde ich Inkling oder Lucina nehmen. Ich habe eigentlich ursprünglich Melinda gesagt, aber ich habe sie jetzt gegen Lucina ausgetauscht beim Training gestern. Es hat eigentlich ganz gut geklappt, erstaunlich gut. Ich glaube, es hat sogar besser geklappt als Melinda ein bisschen. Also ein bisschen besser. Ähm, deswegen nehmen wir dann Lucina tatsächlich. Und ich werde sie noch ein bisschen üben die Woche. Und ich denke mal, sie hat einfach viel mehr Potenzial. Ähm, für mich, ich kenne gute Melinda-Spieler, beziehungsweise ich habe schon gute Melinda-Spieler gesehen, sagen wir es mal so. Und da ist auch viel Potenzial. Aber ich kann das irgendwie nicht ausschöpfen, leider. Ich mag Melinda als Charakter sehr, aber ich kann das irgendwie nicht ausschöpfen. Und bei Lucina, denke ich mal, ist die Chance vielleicht ein bisschen höher, obwohl ich mit schnellen Charakteren nicht klarkomme. Aber das ist die Chance eigentlich, denke ich mal, relativ hoch, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr reißen kann. Ähm, wie gesagt, ähm, Ness ist mein Main, Inkling mein Second und Lucina mein Third. Kommen wir zur Tabelle. Die Smash-Tabelle, die ich erstellt habe, wir spielen Double Elimination und wir versuchen diese Runden hier, also die erste Hälfte, mehr oder weniger die erste Hälfte, also es ist mehr als die Hälfte, aber diese, ähm, Seite, die linke Seite, versuchen wir, ähm, Samstag um 20 Uhr zu machen, also ab 20 Uhr. Und die Kämpfe hier versuchen wir dann am Sonntag ab 20 Uhr zu machen. Das sind natürlich deutlich mehr Kämpfe dann am Samstag als am Sonntag, aber, und jetzt kommt das große Aber, hier spielen wir alle Runden Best of Three und wir spielen auch hier im Verlierer-Halbfinale Best of Three, aber die drei Finalen oder Finals, ich weiß nicht, was sind die, was sind die Mehrzahl von Finale, ist egal, ähm, diese spielen wir Best of Five. Das heißt, jeder hat, äh, also quasi, wenn ihr dreimal gewonnen habt gegen den Gegner, ähm, dann ist es vorbei. Dann habt ihr erst gewonnen und bei den anderen ist es zweimal gewonnen. Das heißt, dass mindestens ein Kampf mehr kommt und das kann schon viel ausmachen, zeittechnisch. Und dementsprechend spielen wir auf jeden Fall ähm, die hier erst am Sonntag und das dauert dann doch schon ganz schön lange am Ende. Und das große Finale kann auch aus zweimal Best of Five bestehen, im schlimmsten Fall, wenn der Loser, äh, also der beste Verlierer, ähm, aus O, nämlich hier oben, der Gewinner von O, kommt er dann ins, äh, Grand Final, ins große Finale. Wenn er gegen den Winner von G äh, gewinnt, sind ja beides quasi Loser und dadurch, dass wir Double Elimination spielen, muss ja der, ähm, Spiel, Gewinner von G, dann dementsprechend, ja nochmal verlieren, weil er erst einmal verloren hat und hat dann nochmal eine Chance und dadurch könnte es zweimal Best of Five werden und dann kann sie das wirklich sehr hinauszögern. Ähm, ich denke, dass ihr das gut nachvollziehen könnt. Wir spielen mit drei Stocks, also drei Leben, ohne Items natürlich, um Gottes Willen, ohne Items und wie gesagt, alles Best of Three, außer die drei Finales, also das Gewinnerfinale, das Verliererfinale und das große Finale spielen wir dann Best of Five. Zeitlimit lassen wir bei zehn Minuten, das hat eigentlich im Training ganz gut geklappt, ich hatte überlegt, das vielleicht auf acht Minuten herabzusenken, aber wir machen auf zehn Minuten und dann ist das auch vollkommen in Ordnung, denke ich mal, wegen die zwei Minuten, das wird sich jetzt nicht großartig hinauszögern, dadurch das Turnier. Denke ich mal jetzt nicht, dass sich das so hinauszögern wird. Gut, ich denke mal, die Tabelle ist halbwegs klar, ihr könnt euch das Ganze ja nochmal genauer angucken, also kurz pausieren, wenn also jetzt beispielsweise Runde A gespielt wird, Spieler 1 und Spieler 2 spielen gegeneinander, Spieler 1 verliert, dann rutscht er in die Losers Round, ist hier Verlierer von A und kämpft gegen den Verlierer von B, beispielsweise Spieler 4. Also kämpft hier dann Spieler 1 gegen Spieler 4, als Beispiel. und so läuft das dann die ganze Zeit durch weg. Hier ist dann der Gewinner von J, dementsprechend dann, keine Ahnung, Spieler 1 gewinnt hier und ist dann hier und kämpft gegen den Verlierer von F. F ist dann hier die beiden. Also wenn jetzt dann der Gewinner von D, beispielsweise Spieler 8, hier verliert, taucht er dann hier auf und kämpft dann gegen Spieler 1 und so weiter. Also man kann sich dann in der Losers Round wieder hocharbeiten, um in die Gewinner's Round zu kommen und wer dann quasi zweimal verliert, wenn Spieler, keine Ahnung, Spieler 4 beispielsweise, wie gesagt, jetzt hier in die Losers Round kommt, dort verliert, ist er draußen. Aber man hat zwei Chancen, jeder hat zwei Chancen, es ist Double Illumination und das finde ich eigentlich am schönsten, weil man dann nicht, nur weil man den ersten Kampf irgendwie versemmelt hat, aus irgendwelchen ungünstigen Gründen, keine Ahnung, vielleicht hat man einfach Miss-Input gehabt oder so, hat einfach Pech gehabt, ein bisschen, paar Runden oder kam einfach mit dem Mesh-Up nicht klar, weil der Gegner irgendwie einen Charakter hatte, mit dem man nicht so gut klarkommt, dann kann man trotzdem weiterspielen oder man kämpft gleich in der ersten Runde gegen den allerbesten Spieler hier von allen und eigentlich ist man der zweitbeste Spieler und das wäre auch ärgerlich, wenn man dann nicht wenigstens dann vielleicht nochmal ins Grand Final kommt und dann nochmal eine zweite Chance hat, gegen den besten Spieler zu kämpfen. Also ich finde, das ist eigentlich die idealste Option, finde ich persönlich und ich finde es so am besten. Darum spielen wir Double Elimination. Ich hoffe, dass es soweit klar ist, wie gesagt, pausiert das kurz, guckt es euch an, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt. Ich denke mal, wir haben alles soweit geklärt. Ach ja, wegen Preisgeld nochmal, es gibt einen 25-Euro-Gutschein, wie gesagt, für die, für den Gewinner. Wenn ich erster werde, dann bekommt es der zweitplatzierte und ihr müsst mich bei Steam als Freund enden demnächst, weil das müsst ihr mindestens drei Tage vorher machen, um den Gutschein als Steam-Gutschein zu bekommen von mir und wenn ihr einen Nintendo-Gutschein haben wollt, für den Nintendo eShop, dann ist das egal, den kann ich euch auch so ganz easy bei Paypal kaufen und dann bekommt ihr den zugesendet. So, könnt ihr euch dann wie gesagt aussuchen, was von beiden ihr wollt, aber wenn ihr den Steam-Gutschein haben wollt, dann müsst ihr mich als Freund definitiv vorher adden. Links dazu sind in der Videobeschreibung, muss ich mal gucken, kopiere ich mir rein, habe ich glaube ich auch schon in anderen Videos mein Steam-Profil verlinkt, also das sollte nicht das Problem sein. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ach, wenn nicht, fragt ihr einfach. Das sind auf jeden Fall meine drei Charakter, gegen die ihr trainieren könnt, wenn ihr gegen mich trainieren wollt, ein bisschen, auf jeden Fall, die müsst ihr können, diese Mashups, diese Charakter-Mashups und diese Stages solltet ihr alle acht beherrschen und wissen, was da auf euch zukommt. Ich denke mal, dass das soweit klar sein sollte. Das war's soweit von mir an die acht Spieler nochmal, edit mich als Freund und trainiert bitte, trainiert bitte alle. MuschenTV wird übrigens auch das Turnier übertragen. Er wird das Turnier auf Twitch übertragen oder zumindest seine Kämpfe. Er kann sie auch von mir aus in die Zuschauertribüne neben mich setzen und wir, also kann er dann auch alle Kämpfe übertragen, wenn er das möchte, genauso wie ich das dann tun werde. Wenn er das möchte, dann kann er das auch kommentieren auf seinem Kanal. Der Link zu seinem Twitch-Kanal ist auch in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann gut und gerne auch einfach mal einen Follow da lassen. Er ist eigentlich ganz nett und cool und ich habe auch schon ein paar Zunebens von ihm verfolgt und guckt da immer mal wieder rein. Ist eigentlich ein cooler Kerl. Ja, ich komme mit ihm klar. Und ja, lasst einen Follow da und guckt ja mal in seinen Stream rein, wenn ihr das möchtet, dann wenn das Turnier kommt. Da könnt ihr dann auch vielleicht, wenn seine Kämpfe sind, vielleicht in seine Perspektive reingucken. Das ist ja auch immer ganz interessant, wenn ihr das möchtet und ansonsten, wenn ihr meine Kommentare hören wollt, ich werde auf jeden Fall alle Kämpfe kommentieren, dann guckt einfach weiter auf meinem YouTube-Kanal. Um 20 Uhr geht's los am Sonntag, beziehungsweise am Samstag und am Sonntag. Gut, das war's soweit von mir. Tschüssi, wenn noch Fragen sind, unten in den Kommentaren ist Platz dafür und ich hoffe, ihr seid da als Zuschauer oder als Teilnehmer. Im Idealfall vielleicht auch beides, nein, die Teilnehmer stehen ja leider schon fest, tut mir leid, aber vielleicht mache ich nochmal ein Turnier, falls Interesse besteht und sich noch ein paar andere Leute melden und das wäre bestimmt auch witzig, denke ich mal, aber dann nicht demnächst, aber vielleicht irgendwann mal wieder. Also wenn Interesse da ist, bin ich auch gerne wieder bereit, nochmal ein Turnier zu machen. Tschüssi, das war's soweit von mir und ich hoffe, ihr seid alle dabei und feuert mich an, ich brauche das, ich brauche die Anfeuerung von euch, feuert mich an, feuert mich an, feuert mich an, okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und das war mein Lieblingsvideo auf YouTube. Jum.